Was ist eine metabolische Myopathie? Eine metabolische Myopathie ist eine genetische Störung, die die komplexen Stoffwechselprozesse stört, die die Muskeln mit Energie versorgen, um zu funktionieren. Einige Beispiele umfassen Lactatehydrogenasemangel, Debrancha-Enzymmangel und Carnitinmangel. Diese Zustände verursachen Muskelschmerzen und Schwäche nach relativ kurzen Belastungsphasen und können die Patienten auch für das Risiko von Problemen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und unerwünschten Reaktionen auf die Anästhesie predisponieren. In einigen Fällen ist eine metabolische Myopathie das Ergebnis einer spontanen Mutation in den Genen eines Elternteils des Patienten. In anderen Fällen handelt es sich um vererbte Gene, manchmal rezessive Merkmale, die Eltern möglicherweise vor einer Schwangerschaft nicht kannten. Die Diagnose einer metabolischen Myopathie kann ein komplexer Prozess sein. Diese Zustände werden manchmal mit Muskeldystrophien oder anderen Störungen verwechselt, und umfangreiche Tests und Bewertungen können erforderlich sein, um das Problem zu identifizieren und festzustellen, um welches Enzym es sich handelt. Der Körper ist auf eine Reihe chemischer Reaktionen angewiesen, um Nährstoffe in Energie umzuwandeln, die die Muskeln für die Kraft nutzen können. Ein Mangel an einem der an diesem Prozess beteiligten Enzyme kann die Energiemenge begrenzen, die den Muskeln zur Verfügung steht, und bei einer metabolischen Myopathie können die Muskeln beispielsweise möglicherweise kein Glykogen speichern. Wenn der Patient anfängt, Kraft von den Muskeln zu fordern, werden die Ressourcen schnell aufgebraucht und es kann zu Krämpfen und Krämpfen kommen. Diese Bedingungen sind nicht heilbar, da sie ein grundlegendes genetisches Problem beinhalten, das nicht reparierbar ist. Sie können jedoch verwaltet werden. Das Ändern der Ernährungs- und Trainingsgewohnheiten eines Patienten kann das Problem beheben. Patienten müssen möglicherweise bestimmte Aktivitäten vermeiden, die ihre Muskeln überanstrengen könnten, und es könnte hilfreich sein, bestimmte Lebensmittel zu essen oder zu meiden, um die Stoffwechselfunktionen zu unterstützen. Der Patient muss lebenslang überwacht werden, um die Störung anzugehen. Menschen mit metabolischer Myopathie oder einer Familiengeschichte dieses Problems möchten es möglicherweise mit einem genetischen Berater besprechen, wenn sie Kinder haben möchten. Die Risiken für die Weitergabe der Krankheit können je nach Art des Zustands und der genetischen Ausstattung der Eltern variieren. Organisationen, die sich mit verschiedenen Muskelmyopathien befassen, können Ratschläge und Informationen sowie Zugang zu klinischen Studien und anderen Ressourcen geben, die Patienten und ihre Familien möglicherweise hilfreich finden. Selbsthilfegruppen können auch Eltern helfen, die über genetische Risiken besorgt sind und die Gelegenheit haben möchten, mit Menschen mit diesen Störungen in Kontakt zu treten, um mehr darüber zu erfahren, was sie erwartet.